Mein Name ist Janine Weber, ich arbeite bei der Bürgergemeinde Bern in der Abteilung Domänenverwaltung. Meine Tätigkeit als Immobilienbewirtschaftlerin ist sehr abwechslungsreich. Jeden Tag bringt wieder eine Überraschung, etwas Neues. Es geht von Wohnungsabnahmen, Übergaben, Besichtigungen, Telefon, Mails beantworten, Aufträge zu teilen und vor allem schauen, dass unsere Liegenschaften im leibandfreien Zustand sind. Ich habe 2009 bis 2013 die Lehre als Hochbauzeichnerin absolviert. Schon dort hat es mich immer sehr fasziniert, die Immobilien im fertigen Zustand zu sehen. So habe ich mich nach der Lehre entschieden, dass ich mein Praktikum weiterbilde im KV und bin dann als Quereistigerin, als Assistentin zu den Immobilien gekommen. Mein Tag starte teile ich meistens um die halbe 8 Uhr. Als erstes beantworte ich auf einmal die Mails, die ich schon getroffen habe, wieder vom Vortag, so dass ich pünktlich startklar BWM 8 Uhr in die ersten Telefone komme. Unser Alltag in der Bewirtschaftung ist nicht immer einfach. Ab und zu sind wir der Blitzableiter und das Ventil der Mieter. Aber auch das versuchen wir bestmöglich zu händeln, dass beide Parteien zufrieden aus dieser Sache rausgehen. Ich schätze, wir arbeiten am meisten durch Austausch mit den verschiedenen Menschen von jung bis alt. Aber auch die Bewirtschaftung der Liegenschaften selber, die liegen einem und die Bewirtschaftlerin schon sehr im Herzen, vor allem in unserem eigenen Portfolio. Wir möchten, dass die Mieter in einem guten Zustand sind, dass die Mieter zufrieden sind und wenn die Mieter zufrieden sind, dann sind auch wir zufrieden.